In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die komplette Wildnisrüstung bekommt. Diese Rüstung besteht aus drei Teilen und alle drei Teile sind im Untergrund in Thronen zu finden. Und dabei ist jede der drei Thronen einmal in einem Fossilkopf und wird von Gegnern bewacht. Ich zeige euch nun einmal alle Teile. Falls ihr die Karte noch nicht aufgedeckt habt und Probleme habt, die Stellen zu finden, dann aktiviere das erstes die Lichtwurzeln oder flieg beispielsweise mit einem Sonaniumgefährte rum, das eine Lichtquelle hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.